Das Leben ist kein U-Bahnhof. Traumberuf, Politiker oder Popstar? Hm, Politiker. In die Sauna mit Merkel oder Steinbrück? Oh, weder noch. Dann gehe ich lieber schwimmen. Wie spannend wird das Wahljahr 2013? Superspannend. Ich meine, geht rum, ob die Linke 10, 20 oder 30 Prozent kriegt. Wahlnab 16? Ja. Lieblingsfernsehserie? Ice Age 1, 2, 3. Dopfte Staatsbürgerschaft in Deutschland? Ja. Was ist typisch deutsch? Hm, immer so lange nachdenken, wenn man gefragt wird. Negerkuss oder Mohrenkopf? Schokokuss. Bist du stolz, ein Deutscher zu sein? Nö. Nazispruch. Was würdest du auf YouTube gerne mal sehen? Gibt's denn nicht eh schon alles? Wie viele Freunde hast du auf Facebook? 2.800. Deine Prognose zur Bundestagswahl 2013? Alles über 9. Wer ist dein Wunschkanzler? Gregor Gysi. Was erwartest du vom YouTube-Kanzler? Also, vor allem, dass da Leute mobilisiert, dass sie auch zur Wahl gehen. Nordkorea gefährlich oder Player? Beides. Putin? Demokrat oder Diktator? 2 Drittel, 1 Drittel. Ne, der ist gewählt worden. Insofern Demokrat, führt sich aber gerade auch wie ein kleiner Diktator. Fleisch oder Tofen? Fleisch. NPD-Verbot? Ja. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Bäm! Merkwürdigste Begegnung im Internet. Fällt mir nix zu ein. HALF STOP! Wir sind inzwischen so groß, so multi-kulturell, da gibt's gar nicht mehr typisch Deutsch. Here we go! BAM! 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 ARTasiat Communitypunks mechanisch wheel Y Y Y Y Y Y Bis zum nächsten Mal.